Willkommen liebe Leute zu einem neuen Part Minecraft als Let's Play Together mit einem Gast direkt neben mir sitzt sie nicht. Ja ich bin's Loray mal wieder. Ja bekannt aus Tekken zum Beispiel. Ja da waren wir. Oh du musst Start drücken. Ja diesmal also im Splitscreen Modus genau dann seht ihr das auch zum ersten Mal. Ja mach die Demo. Mach nicht anmelden. Doch mach anmelden scheißegal. So und ich muss hier grad. Nein nein jetzt sind wir Splitscreen. Du bist ich bin oben du bist unten. Nein mein Haus ist doch ganz in der Nähe wenn du glaube ich rechts läufst oder so. Weißt du noch die Steuerung und alles? Oh bei dir wird das noch alles angezeigt. Interessant. Ich bin hier in unserer Mine. Die habe ich ja im letzten Part fertiggestellt. Ja was heißt fertiggestellt. Ja ich habe sie halt im Prinzip. Ja ich habe. Und wenn wir da jetzt weitergehen da endet dann irgendwann die Mine weil da ist dann auf einmal Schluss mit der Welt. Und deshalb habe ich die Mine jetzt einfach aufgegeben. Und wir gehen heute zum vielleicht zum Arsch der Welt. Ich weiß es nicht. Oh süß wie du aussiehst. Nimm mal die Karte ins Inventar. Ja die blöden Infos. Wie wie? Also Viereck ist ja dein Menü. Ja das habe ich überlegt. Ja dann öffne das mal. Oh es hängt voll geil rum und so. Äh nein Viereck. Echt? Ja. Scheiße dein Dreieck. Und dann hoch und da auch Dreieck. Nein setz es. Ja jetzt hast du es direkt in der Hand. Jetzt geh zurück und jetzt guck auf die Karte und dann weißt du wo ich ungefähr bin. Da kannst du dann zu mir. So dann mach ich hier mal auf. Bist du das graue Ding da? Ja ich bin das. Das hier kann man. Einstellungen. Nein Schwein ich hab dich gesehen. Ich benutze auf Fläche. Scheiße. Ich bin ganz in der Nähe. Warte. Wir machen das mal auf 1. Ich hab mich genau gefunden. Boah das ist ja arg klein. Egal das passt schon glaube ich. Hup. Sala. Ich bin ganz in der Nähe. Warte. Dann drück auch mal Start und ähm bitte. Hallo. Äh Start. Dann auf Einstellungen. Scheiße benutze Oberfläche. Und dann machen wir es wenigstens auf 2. Ganz runter und dann auf 2. Ist das? Ja auf 2. Genau und dann einfach zurück. Das passt dann so. Einfach wieder Start? Nein ein paar mal Kreis. Alles klar. Und in der Hand blättern sag ich mal. Hand. Ist L und R. Genau. Genau. Das ist andere. Ah hauen. Kraften. Oder R3. Äh R2 mein Gott. Das ist blöd aus. L2 ist. Hey. Hey ich seh noch scheiße aus. Nein. Oh Gott ich hab Angst vor mir selbst. Und? Ah wie bück ich mich so. Mit R3. So jetzt. Folgst du mir? R3? Komm mit. Rechter Stick. Drücken. Achso jetzt hab ich's. Das ist R3. Ich bin nicht so oft. Ja ist doch ok. Hilfe ich hab mich verfangen. So. Warte doch. Ja ja. Nö. Ja ja. Ich geh erstmal da rein ne. Ein Haus. Was wollen wir denn schönes machen jetzt. Ich will was essen. Warte. Zum Arsch der Welt geh ich mit dir lieber noch nicht. Da sterben wir alle. Nichts gegen dich aber. Nein komm komm komm. Ich mein nur ich bin auch noch nicht so weit. Ja ja. Ich war voll gegen mich. Ich will was essen. Ich will was essen. Ich kann's nicht essen. Na ja. Nö. Warte Maus. Maus. Ma… Ja. Ne. Ich geb dir hier mal ein Sch- Entschuldigung. Schmach. Schmach. Hier. Voll. Yeah. Verkrass. Ich seh's nicht. Du hast es schon. Guck doch mal auf deiner Hand. Falils. Jetzt hast du ein Schmerz. Oh nein. Es geht so nicht. Ich kann blocken, ja, ich kann blocken und du kannst nicht blocken, nee, nee, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann in mein, warte mal, ich kann in mein Wälzen, wälzen, ich kann in mein Wälzen, ich kann, heiler, ich kann in mein Wälzen, kacken, so. Oh, es ist gewachsen. Ja, ich hab's gedüngt. So, also. Ah ja, komm, wir gehen mal zur Schweineinsel. Oh, magst du das Schwein? Wo bist du denn? Was brauchen wir für das Schwein, um das zu zähmen eigentlich? Was war das, Weizen? Eine Fliege. Nein, keine Fliege. Warte mal, das Weizen ist noch nicht fertig. Da läuft was, Nico? Na, äh, was? Nein. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich glaub, es hängt. Ich glaub, es hängt hier. Oh, ich hab ein Blatt kaputt gemacht. Oh, ganz was Hartes. Warte, warte, warte. Oh so. Ähm. Strauch. Oh, komm schon. Da war ein Gepard oder sowas. Ach, scheiße. Das war ein... Äh, Otzelot. Ja genau, Lanzelot. So hieß unsere Katze. Wir haben eigentlich schon mal gespielt gehabt. Ja. In ner Demo-Welt. Und so. Und da hat ich... Und dann... Ja. Was mach ich da oben? Gucken hoch. auch okay dann kam es ja du da her und hast das schöne Arme Ocelot also Lanzelot habe ich es genannt und du hast es gekillt ja jetzt mal auf dem Bett und Hey, komm nicht mit Arme Wo bist du? Sieh die Karte! Links einfach da weiterlaufen also wenn du zweimal den linken Stick so drückst nach vorne dann rennst Ach, jetzt? Nein, das wird dann angezeigt oben links im Eckchen wird so angezeigt Ja, genau, ruhig durch Das ist die Schweineinsel, die Schweine konnten leider entkommen Ja, du hast einen Zaun aufgelassen Ja, ich weiß Ich will ja erstmal Schweine reintreiben Aber dazu brauchen wir Schweine reintreiben? Ja, und die dann da gefangen nehmen Schweinerei Ja, so eine Schweinerei Warum renne ich schon wieder nicht? Weiß ich nicht Mh Baxen hoffe ich doch Ich mach nicht mal was und eröffne Nein, ich hab's kaputt gemacht! Scheiße Ja gut Hallo? Ich drück gar nichts und er tut hinten das Inventar da meine Hand ändern Er tut deine Hand ändern? Ja Okay Das ist glaube ich der Controller, der so ein bisschen rumspackt Ja, ich sehe Ah, was tue ich da? Hallo? Du wirfst alles weg! Nein! Oh nein! Oh nein! Wo bist denn du eigentlich? Erste hier? Ja, neben dir! Ich hab alles rausgeschissen Hi! Rausgeschissen Warte, ich hab doch Fackeln dabei! Abaka! Ich hab meine Karte verloren Macht Spaß, gell? Nutzer! Ich gehe Bäume erhöhen Wenn man da so Fackeln hinfackelt, dann Du brauchst ne Axt! Bleib mal zurück! Bleib mal zurück! Ich komm wieder! Wirklich? Jetzt? Wir gehen umsonst! Das ist so sinnlos! Das ist doch blöd! Nimm das! Geh zurück! Ich muss die eh wieder weg! Controller spackt! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Also damit kannst du... Bäume häckchen! Häckchen! Und was mache ich schönes dabei? Und diesen Pilz? Teerpfeil! 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 Also was hab ich hier jetzt? Ich hab ne Steinhacke! Ich kann dir also helfen? Kann ich aber nicht, will ich aber nicht! Boah, Daniel! Doch, will ich dann später irgendwann mal! Nein, das ist mega! Okay, los geht's! Ähm... Aus Weizen? Wir haben kein Weizen! Das ist... Das ist verscheiße! Wir haben noch kein Weizen! Ich möchte kacken! Nein! Damit mein Weizen wächst! Okay! Let's do this! Ich... Fuzzi rennt nicht! Ach, weil ich keine Nahrung mehr hab! Sagt mir das doch, Leute! Mensch, das gibt's doch gar nicht! Ich ess mal ein bisschen Steak hier, ne? Weil... Steak ist zwar nicht gesund wie so... Äh, nicht so gesund wie ein Apfel! Hehehe... 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 Aber... Ja... Bananen! Wann gibt's hier keine Bananen? Gute Frage! Leute, wieso gibt's hier keine Bananen? Schreibt mal bitte Notch, dass er Bananen einprogrammieren soll! Wie? Notch, der Erfinder von Minecraft! Aha... Ich weiß! Ja, ich weiß! Ist das ein Baum? Nein, das ist ein Baum! Echt? Ja! Das brauchst du lang! Ja, du hackst ja auch mit nem Pilz statt einer Hacke! Oh, das hab ich nicht gemerkt! Hehehe... 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 Das aber nen harten Pilz! Hehehe... Achso, ich hab ein bisschen Holz, ne? Ich häng... Nein, 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 das bin ich! Hehehe... Ich häng hier ein bisschen rum, ne? Also, ich mach mir mal bisschen Holz hier so... Oh! Was wollte ich jetzt bauen? Ein Holz! Nein! Ein Pilz! Nein! Ah, ah! Ah, ah! So, ich geh zurück! In diese Richtung, in die ich gerade gelopft bin, weißt du, gehst du, äh, zu ashter Welt, dann weißt du weiter! Wenn's Nachbarn mir nicht droht! Wenn's Nachbarn... Du hast nen Schwert hier! Aber... Wo ist meine Axt? Die ist kaputt gegangen! Oh, dann nehm ich wieder meinen eisenharten Pilz! Ein eisenharter Pilz! Hehehe... 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 Was, was? Du hast durchvoll... Du hast durchvoll... Warum springt der? Springt ohne Grund! Nein, du hast den Pilz doch noch! Ja, ich weiß! Er hat ihn einfach wieder aufgesammelt! Ja, also... Ich geh mal ins Haus, ne? Sack Bescheid, wenn's dunkel wird! Sack Bescheid! Jetzt merkst du doch dann selber! Fail! Ach man, nicht in die Truhe! Ich will mir doch... Fischköpfe craften! Nein, ein Zauntor brauche ich und dann brauche ich... Zauntor, weißt du Bescheid! Ich mach mal die Schweine... Oh fuck! Also wir wollen dann, äh... Weizen um die... Scheiße, um die Schweine zu zähmen! Weizen um die Schweine zu zähmen! Hehehe... Und dann, ähm... Das ist ein Wolf! Oh, das ist ein Wolfi! Hallo, Wolfi! Mit was hacke ich denn? Mit nem Pilz! Ja, vorn was mit dem... Mate, hier, ich gebe dir die Steinhacke, ich brauch sie... Weiß sie nicht... Keine Ahnung... Es ist ja wunderbar, ich hab selbst keine Karte mehr, ne? Nur mal so... So nicht! Da ständig! Es gibt hier mal die Steinhacke, ne? Kannste noch schneller... Abhacken, hier bitte schön... Hab ich sie? Nein... Da... Da... Da und nicht zeigt doch hin... Da... Na, jetzt hast du sie... Wunderbar, ein Maus rüsten und hacken! Hacke, Hacke, Ball! So! Oh, das hab ich, glaub ich, mal ge... Ich weiß nicht... Dankeschön! Zuckerrohr für... Es wird allmählich dunkel, ne? Nur mal so... Oieieiei! Hoppla! Hilf mir! Wo muss ich lang? Ehe! Ach da! Ich seh, dass die Ma... Äh... 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 Deutsch! Heute nicht! Wie geht's auf? Hallo? Links! L2! L2! Dachte ich... Bin ich jetzt dumm? Ah, der macht wieder... Nicht selbstständig... Bisschen, ne? Ich möchte einen neuen Controller... Einen im Blau... Das wär so... Der Hammer, weiß... Der Hammer! Ich schenk dir einen Pilz! Wie schmeiß ich was weg? Nein, tu's in die Truhe! Oh... Eins oder zwei? Weiß nicht... Zweitausend! Oh, ich hab ihm vor die Truhe geschmeckt! Ah, jetzt da... Jetzt geht's auf! Okay? Ja, okay... Von mir aus! So, das ist jetzt die Schweininsel! Da hinten ist eins! Oh, ich brauch dringend Weizen! Tu doch was! Das auch! Okay, und... Was schmeißt du dir noch dabei? Hm... Du sammelst es eh wieder ein, siehst du? Eiii! So ein Scheiß! Und du zu nahe kommst... Du hast einen Wolf! Ich brauch einen Knochen! Kannst du mal in der Truhe schauen, ob irgendwo ein Knochen flackt? Ich weiß nicht mal, wie die aufgeht! L2! Alles mit L2! Interaktionstaste L2! Okay... Wie sieht ein Knochen aus? Ja, wie ein Knochen halt aussieht! Ne! Hab ich nicht! Oder? Ist... Ist da noch... Nein, das ist ein... Creeper! Not again! Nein! Okay... Hier ist eine Feder! Die braucht doch kein Schwein! Ah... Irgendwie komm ich... Hm... Komm mal mit in die Mine! Oh, warte, da ist ein Ofen! Nein, ich geh da nicht raus! Oh, Fail! Cool! Doch, komm mit, komm mit! Ich... Ja, also komm mit! Fail! Jetzt lässt du mich raus! Also komm mit! Schön hinterher dackeln! Dann gehen wir mal kurz in die Mine! Sooo... Und dann geht's da hoch! Und dann geht's... Oh, kann ich nicht wegzoomen oder sowas? Ich finde dich nicht! Wo bist du? Äh... Hier! Äh... Was du das? Ha! Kann ich nicht wegzoomen oder sowas? Dreh dich doch um! Äh... Fail! Okay... Hä? Jetzt hab ich mich selbst verlaufen! Oh, da bist du! Nein! Ah, da, da! Ah, Andrea! Oh Gott, weg hier! Weg! 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 Oh Gott, oh Gott! Ich weiß nicht, wo ich bin! Weg! Renn! Renn! Guck nach vorne! Renn! Oh Gott! Das macht mich gar nicht so wahnsinnig! Scheiße! Hahaha! 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 Oh, das ist... Enderman! Enderman! Hahaha! Hahaha! Ich sterb hier im Evental! Hahaha! Hahaha! Oh, da hast du noch ein Herzchen! Renn! Renn! Ich bin von der Kacke! Oh, es ist schon explodiert, deshalb hast du noch ein Herz! Der Creeper war schon bei dir! Voll erschrocken! Ich schreie nicht so! Hahaha! Hahaha! Oh, ich weiß nicht, wo ich bin! Da ist ein Enderman! Ich kann grad nicht zu dir, ne? Na toll! Na toll! Hahaha! Hahaha! Nein! Nein! Ah! Fuck! Die Wand an! Hahaha! Und du bist Enderman getötet! Durch das Ende vom Man! Hahaha! Ich glaub, ich bin hier ganz gut geschützt! Lecken mich! Fett an den Hinterteil! Sonstwo! Maul! Lass mich zum Haus! Hilfe! Ich sterbe, gell? Nein, ich sterbe nicht! Nein, ich sterbe nicht! Meine Sachen liegen noch da! Wo bist du gewesen? Hier bin ich noch! Oh! Ich bin grad an dir vorbeigedackelt, ne? Komm nicht hoch, ne? Komm nicht hoch, ne? Ja, ist schon okay! Letzter! Ich bin voll in der Sackgasse! Im Sack der Gasse? Oh, scheiß! Die Wand an, ey! Ich schwör! Ich hab hier einfach abgebaut! Also der Controller ist echt dumm! Komm schon! Komm schon! Sammel die Sachen! Sammel die Socken! Nein! Nein! Mann! Mann! Was? Oh! Ich weiß echt nicht, wo ich bin! Oh, Mann! Hey, ich bin an dir vorbeigerannt, ja? Na und, ich komm hier nicht raus! Ich stehe hier einfach mal alles! Warte, warte, warte! Ich schlaf! Nein! Du bist jetzt da! Ich kann nicht schlafen! Es sind Monster! Nein, ne? Willst du mich verarschen jetzt? Oh Gott! Nee, ne? Ich weiß nicht, wo das Haus ist! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Und du, du hässliches Mongotal, du! Gott! Hässlicher Ender! Ich will, dass Tag es ist! Ich hab so Angst und die Spinne leuchtet! Ich bin erleuchtet! Ich bin erleuchtet! Ich kann dich grad nicht retten! Du hast ne Karte noch im Inventar, ne? Du kannst dann schauen! Egal! Ich bleib hier! Ich wohne hier! Nein, komm zum Haus! Komm zum Haus! Hier ist ne Stamm! Wieso hackst du nen Stamm? Jetzt, was machst du denn? Ah! Wieso schau ich eigentlich zu dir? Oh Gott! Ich lebe! Du hängst! Ich lebe und häng... Oh Gott, ist der jetzt da drin? Nein! Mal sehen, ob ich den ersten Enderman töten kann, Leute! Wieso leuchtet der? Äh, warum ist er rosa? Warum... Weil... Weiß nicht, er verfolgt mich halt! Er ist halt voll krass und so, weißt du? Er ist voll krass drauf und so! Äh... Ich seh schon, ich seh schon! Er hat... Er hat... Er hat... Keine Kinder, was du... Ne, nicht zu mir! Bring mir ein Steak! Stimm! Wenn ich zu dir komme, dann bringe ich ein Ender zu dir! Ich muss ihn erst killen! Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab meine erste Enderperle! Jetzt warte doch! Ich hab kein Steak für dich! Ach! Lass mich erstmal die Enderperle in die Truhe hauen! Sooo... Und dann... Ich sterbe hier trotzdem irgendwann, wenn du... Nein, stirbst du nicht! Ich bring dir ein Steak jetzt! Jetzt passt's! Jetzt! Jetzt komm mit! Jetzt... Wo bist du denn jetzt? Ja genau, komm mit! Ah, da hinten bist du! Ich seh dich schon! Wie denn? Du siehst mich! Da ist so ein kleiner Balken! Scheiße! Nein, okay! So, da unten! Also, was ist mit dir passiert hier? Ich hab irgendwie... Also, der Controller hat einfach gecrackert! Hi! Hier nimm! Achso, hi! So! Achso, äh... So! Und dann... Gedrückt halten! L2, glaube ich! Hallo! Intaktions-Taste! Also... Plopp! Jetzt einfach warten! Aber... Dankeschön! So, und jetzt folg mir! Warte, ich nimm auch ein Schwert! So, jetzt gehen wir da mal hoch! Ich... Oh! Oh! Bestimmt ich wieder! Nein! Ich komm nicht hoch! Einfach hoch! Ich bin zu dumm, um zu laufen! Springen! Los! Los! Das schaffst du! Bäh! Wir tauschen nachher Controller! Nein! Was? Nein! Warum nicht? Okay! Die Höhle war ganz in der Nähe, warum sagst du's mir nicht? Sag ich dir doch! Jetzt komm rein! Du musst den Schalter betätigen an der Seite! Achso! Wie denn? L2! Wir hatten noch... Bis ich weiß... Du warst zu langsam! Okay, ich mach dir die Tür auf einfach! Komm einfach rein! Ha! So! Was? Ich mach dir die Tür auf! Komm einfach rein! Ja, weil innen ja auch ein Knopf ist, hab ich ganz vergessen! So! Da jetzt! Da ist ein Knochen! Aber es kommt etwas sehr spät! Wir sind schon alle zehnmal gestorben! Pervers! Du bist eklig! Und pervers! Was soll der Scheiß? Mit diesen Worten, liebe Leute, verabschieden wir uns! Und wir sehen uns im nächsten Part wieder! Danke fürs Zusehen! Und ich hoffe, ich find den Wolf wieder! Ich will ihn zähmen! Okay, ich auch! Also, bis dahin, euer Game Tricks! Haut rein! Und? Tüdelü, äh... Loray! Genau! So, das soll ich nicht! Tschau, Leute! Tschau, tschau! Musik